Hey Leute, willkommen zurück zur Let's Play Metroid Prime Trilogy hier bei Metroid Prime 2 Echoes. Im letzten Part ist leider nicht ganz so viel passiert, denn ich bin viel durch die Gegend geirrt und habe nicht wirklich was gefunden. Ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen. Ich werde es in Zukunft so machen, wenn ich nochmal ewig lang hänge, dann werde ich nicht den ganzen Part noch irgendwie rumsuchen, verzweifeln, sondern werde dann auch schon viel schneller schneiden. Das wird dann eben nicht mehr so lange an einer Stelle rumhängen und gar nichts erreichen in einem Part. Auf jeden Fall, ich habe wieder gewartet, bis das Hinweissystem mir einen Tipp gegeben hat und das Hinweissystem hat mir erzählt, dass ich, ich weiß gar nicht mehr auswendig, wo es war, irgendwo hier so in einen Raum hin muss, der ungefähr hier so irgendwo gelegen ist, also in der Nähe von diesem Raum da. Ich muss also definitiv es schaffen, hier auf dem dunklen Äther in diesen Raum irgendwie reinzukommen und wie ich jetzt zu diesem anderen Raum da hinkomme soll, da muss ich übrigens dann schon den dritten Schlüssel finden. Also ich brauche offenbar keine weitere Fähigkeit mehr, ich muss es direkt zum dritten Schlüssel und dann den Tempel irgendwie machen. Aber wie genau ich zu dem Raum da hinkomme, wo jetzt der dritte Schlüssel gelegen ist, das weiß ich gar nicht genau. Also ist es auch so, dass ich jetzt in diesem Part auch noch nicht so hundertprozentig genau weiß, wo ich eigentlich hin muss. Aber ich habe noch eine Idee. Nachdem ich nämlich das Hinweissystem dann gesehen habe und mir aufgefallen ist, ja das bringt mir jetzt auch wieder gar nicht so viel, habe ich mich dann nochmal genau umgeguckt hier und habe mir auch nochmal die ganzen letzten Parts nochmal ein bisschen angeschaut. Und da ist mir eine Stelle aufgefallen, die ich übersehen habe. Und da will ich jetzt noch kurz hingehen, weil ich glaube nämlich, dass das der richtige Weg sein könnte und dass es da vielleicht eventuell dann weitergeht. Das werde ich jetzt dann gleich mal austesten und zwar ist das auf dem hellen Äther. Da werde ich jetzt gleich hingehen und wenn das jetzt aber dann wieder eine Sackgasse ist, diese eine Stelle, die ich jetzt da im Kopf habe, dann werde ich sofort schneiden, bis ich dann wirklich definitiv den richtigen Weg gefunden habe. Wenn das jetzt wieder eine Sackgasse ist, wo ich jetzt hinlaufen will, vielleicht muss ich dann sogar wirklich im Internet nachschauen oder so oder warten, bis der vorherige Part online gekommen ist, dass ich dann euch fragen kann. Ich weiß nicht genau, aber ich bin halt hier momentan etwas verzweifelt in Torvus, aber das ist ja irgendwie nichts Neues. So und zwar, ich will, ich will erstmal dich vielleicht kurz umdrehen. Ich will erstmal wieder zurück, ich will wieder nach oben auf jeden Fall. Ich bin ja gerade noch im Untergeschoss, aber ich will ganz gerne wieder nach oben. Wie komme ich eigentlich wieder nach oben? Dann muss ich da nach oben zu der weißen Tür. Kann ich das überhaupt von hier aus machen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, mit dem Grapplebeam komme ich, komme ich mit dem Grapplebeam da hoch irgendwie? Kann ich das machen? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, da komme ich gar nicht wirklich hoch, oder? Muss ich jetzt hier nochmal außen rum gehen? Ah, ne, ne, ja, ne, blödsinnig, genau, ich kann ja hier die Kanone benutzen. Dafür ist die ja da, richtig? So. Hui. Sind wir auch schon. Und dann durch da. So, wunderbar. Jetzt dann gleich wieder zurück im Hauptraum und dann dort nach oben wieder laufen, zurück. Und dann werde ich euch eben gleich den Ort zeigen, den ich da im Kopf habe. Und wie gesagt, wenn der auch nicht passt, dann ist es mir zu doof. Und euch wahrscheinlich auch. Euch ist ja eh schon wahrscheinlich lang zu doof. Und dann werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich dann wieder schneide. Und wir dann definitiv danach den richtigen Weg finden. So. Äh, wo ist der Ausgang? Der ist, äh, auf der rechten Seite von mir. Da ist er auch schon. Okay. Und zwar, ich kann euch gleich mal erzählen, was ich da jetzt im Kopf habe für eine Stelle. Und zwar habe ich, das habe ich in den letzten Videos gesehen, eine Halfpipe übersehen. Glaube ich zumindest. Was ich aber ein bisschen komisch finde, weil eigentlich habe ich jetzt irgendwie schon gedacht, dass ich mit dem Grapple Beam weitermachen müsste. Aber, ne, ich brauche offenbar erstmal wieder den Boost Ball, um an eine Halfpipe zu kommen. Und ich glaube, wenn ich diese Halfpipe hochgehe, dann komme ich eben zu diesem einen verdammten Raum mit dieser Brücke da, wo ich ja schon so ewig lang da endlich mal auf dem dunklen Eta auch hin will. Und wo ich in dieses Portal da rein will. Und das könnte jetzt dann vielleicht gehen. Wir schauen gleich mal. So, und zwar will ich ganz gerne, ähm, die blaue Tür hier nehmen und zum Hain von Torwurst gehen. Denn beim Hain von Torwurst, da ist nämlich auch schon eben dieser Ort, wo ich jetzt dann gleich hin will und wo eben diese Halfpipe ist, die ich, glaube ich, übersehen habe. Das ist aber auch ein bisschen fies irgendwie, finde ich, weil ich halt irgendwie dachte, dass man da anders hochkommen könnte. Aber werde ich euch gleich zeigen. Äh, ich will mich erstmal aufladen bei euch vielleicht, weil die geben ja immer verdammt viel, genau. Aber ja, mit dem Zeug, ich brauche auch ein bisschen was. Ja, ich hätte, das war jetzt doof von mir, ich hätte mit dem, mit dem Darkbeam töten sollen, weil ich brauche auch gerade wirklich sehr dringend Lightbeam-Energie. Ihr habt mir übrigens auch schon geschrieben, dass ich wahrscheinlich schon eine Million von diesen, äh, Lightbeam oder auch Darkbeam-Kontainern, what the fuck, Lightbeam oder Darkbeam-Containern verpasst habe. Also ich könnte jetzt schon wahrscheinlich 150 Lightbeam und 150 Darkbeam-Munition oder so haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier, ich kann jetzt, genau, jetzt kann ich mal kurz aufladen wieder. Hier in diesem Raum habe ich, glaube ich, eine Halfpipe übersehen. Warum hat mir jetzt der so viel auf einmal gegeben eigentlich? Naja, egal, ich freue mich. Hier habe ich nämlich eine Halfpipe übersehen und zwar, ich glaube nämlich, man kann jetzt schon hier nach oben zu der schwarzen Tür. Das war ja ständig mein Problem. Wenn ich zur schwarzen Tür gekommen wäre, hätte ich hierhin gekonnt und hätte dann, wäre dann in dieser Seitengasse da gewesen, hätte dann das öffnen können und hätte dadurch dann wiederum, wenn ich auf dem dunklen Äther bin, an dieser Stelle, hätte dadurch dann in diesen großen Hauptraum reingehen können und hätte nicht nur da an der Seite entlanglaufen müssen. Und ich glaube, das kann ich jetzt. Ich habe ja versucht, an dieser Halfpipe hier nach oben zu gehen, aber das funktioniert nicht. Aber was halt das Fiese ist, dass ich eigentlich dachte, dass ich diese Ranken hier mit Denzium kaputt machen müsste, dann stürzt dieses Ding hier ein und dann habe ich irgendwie einen Weg nach oben. Aber nein, das ist nicht so, denn das hier ist auch schon eine Halfpipe. Also ich finde, die kann man nur relativ schwierig erkennen, wenn man in den Morphball geht dann schon, weil dann die Kamera sich ändert. Auf jeden Fall, hier kann ich nach oben. Das habe ich noch ausgetestet, das geht noch. Und wie der weitere Weg ist, das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwo gleich hinkommen werde. Aber ich finde schon, dass das jetzt einigermaßen richtig hier aussieht. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt so bald in eine Sackgasse kommen werden. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil da jetzt dann eben gleich die schwarze Tür ist, wo ich durch kann. Und dann komme ich endlich in diesen verblödeten Raum, wo ich einfach schon so ewig lang hänge. Also in diesen einen Raum haben sich eigentlich die ganzen letzten Parts gedreht, weil ich immer wieder versucht habe, da irgendwie reinzukommen und irgendwie eine andere Möglichkeit zu finden, wie ich da beim dunklen Äther weitermachen kann. Aber ich habe nie eine Möglichkeit gesehen. Aber jetzt endlich mal habe ich, glaube ich, eine Möglichkeit gefunden, wie ich das hinkriegen kann. Aber erstmal noch dieser Zwischenraum hier. Ich kann jetzt hier direkt durchgehen und durch den Wasserfall oder hier so einen Weg außenrum gehen. Ich gehe erstmal den Weg außenrum. Ich soll mal meinen Scanner auspacken, falls hier irgendwas ist. Da zum Beispiel. Ein neuer Gegner. Sowas aber auch. Okay. Und zwar bist du ein Grozos oder sowas. Toxine verzehrende Futtersucher. Schwer gepanzert, wenn er seine Kiemen zeigt. Sind diese anzugreifen, um ihn zu verletzen. Der Grozos lebt von den Giftstoffen, die er seiner Umgebung entzieht. Wenn er auf Nahrungssuche umherstreift, hinterlässt er einen Säurefilm in seiner Kriegsspur. Ja lecker. Der widerstandsfähige Mollusk ist angreifbar, wenn er seine Kiemen ähnlichen Organe zur Absorbierung von Toxinen ausstreckt. Die harte Schale der Kreatur lässt sich nur mit wenigen Waffen durchdringen. Okay. Ein ziemlich schwacher Gegner, der sich von Gift, von Toxinen ernährt. Ja, ne. Ist klar. Oder wie kann ich dich jetzt töten? Kann ich dich angreifen irgendwie? Missile? Achso. Ah, der muss sich geöffnet haben und dann kann ich. Okay. Er ist aber gar nicht so einfach zu besiegen. Also, der scheint jetzt nicht gerade angriffsmäßig stark zu sein. Aber er ist sehr nervig zu besiegen. Offenbar. Weil ich erst warten muss, bis er sich mal öffnet. Und erst dann kann ich ihn wirklich treffen. Aber dann stirbt er auch relativ schnell. Okay. Sehr interessanter Gegner auf jeden Fall. Und warum hätte ich jetzt eigentlich hier auch schon durchgekonnt? Keine Ahnung. Bist du auch wieder der Typ? Ich glaube schon, ja. Ist hier unten noch irgendwas in dem Wasser? Oder hinter Wasserfällen? Das ist ja auch immer ganz, ganz gefährlich in Videospielen. Da kann ja überall immer was sein. Hinter Wasserfällen. Aber ich finde hier erst mal nichts. Ich glaube, hier ist ansonsten nichts. Okay. Dann gehe ich halt wieder außen rum. Ich glaube, von hier aus komme ich da gar nicht wirklich hoch. Ja, obwohl doch. Den Sprung müsste ich es ja eigentlich schon schaffen. Aber ich kann auch einfach hier außen rum gehen. Ist ja eigentlich ziemlich egal. Aber warum ist da unten extra so ein kleiner Minisee? Ist der einfach nur da, um da zu sein? Oder hat der noch einen anderen Sinn? Hm. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. So, jetzt bin ich eben dann gleich bei diesem Durchgang. Richtig. Und kann jetzt endlich diese Dinger hier aktivieren. Und wenn ich dann auf dem dunklen Eter wieder hier bin, dann müsste ich da ja auch durch können. Und dann komme ich endlich zu diesem Raum da hin. Lass mich doch in Ruhe, du Depp. So. Achso, ich muss... Ach Gott, ey. Ich muss da wieder Boostball einsetzen. Aber ich will erst mal die Viecher da töten, weil die mir viel zu sehr auf die Nerven gehen. So ein Lass. Stirb. Ist da nochmal einer? Ähm. Nein. Okay. So. Und durch die Tür, da kann ich sogar auch gleich. Durchgehen und da sogar auch noch neue Räume erkunden. Also ich glaube schon, dass es jetzt nicht ganz so falsch sein kann, wo ich jetzt gerade bin. Wunderbar. Auch auf dem dunklen Eter wurde es geöffnet. Sehr schön. Und wir können damit hier durch. Und, ähm... Aber warte mal, hat sich sogar die Plattform hier... Warte mal kurz. Die Plattform hat sich sogar abgesenkt. Ah, ich kann jetzt sogar auch schon von... Ah, ich kann jetzt sogar auch schon von hier aus zum Portal. Ich muss die Brücke gar nicht mehr drehen. Achso. Ich dachte, ich muss die Brücke jetzt nochmal drehen oder so. Aber nee, ich kann jetzt einfach von hier aus schon hoch. Und komme sogar jetzt schon zum Portal. Ah, das ist ja chillig. Okay, ja gut. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall hier... Dann glaube ich doch noch den richtigen Weg von selbst gefunden. Okay. Also ich war echt schon kurz davor, irgendwie im Internet nachzugucken. Aber bin ich echt froh, dass ich das noch selber dann herausgefunden habe, indem ich noch meine eigenen Videos angeschaut habe nochmal. Okay. Aber ich will jetzt erstmal noch hier entlang gehen, weil hier nämlich ein Einzelraum ist noch. Ähm, ich glaube, dass wir auf dem... Äh, genau. Auf dem dunklen Eter war das der Raum mit dem Boost-Ball. Aber hier fehlt diese eine Arena da, wo wir gegen den Boost-Wächter gekämpft haben. Aber vielleicht ist ja hier dann irgendwie was anderes. Ein Missile-Container oder sowas. Äh, was ist das denn jetzt alles? Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall hier dich aktivieren. Ja, und dadurch... Habe ich dieses Ding nach draußen. Achso, ich habe das jetzt... Achso. Ach, du Kacke. Ich muss immer die Ausrichtungen von denen ändern und damit so ein kleines Rätselchen hier machen. Ja, toll. Das kann ja witzig werden. Und da muss ich offenbar rein. Ich würde aber eigentlich auch ganz gerne da nach links gehen, weil vielleicht ist da links ein... Secret. Also, ich glaube, oben geht es, wie gesagt, weiter. Da oben in diese Lücke, da muss ich halt rein, um weiterkommen zu können. Aber ich will jetzt erstmal noch nach links gehen, weil vielleicht ist da ein Geheimnis. Wenn ich ein Entwickler wäre, würde ich da was verstecken. Oder ist das der richtige Weg? Äh, achso, das ist der richtige Weg. Achso. Ne, dann... Achso, okay, dann ist der andere Gang ein Secret. Okay. Dann gehe ich natürlich den zuerst. So. Wo komme ich jetzt hier hin? Energy Tank? Äh, okay, dann muss ich hoch auf jeden Fall. Ja, also, da ist auf jeden Fall irgendwas. Entweder Missile-Container oder... Aha, Missile-Container, okay. Ist da noch mehr oder nur der Missile-Container? Ja, ich glaube nur der, aber ist ja auch okay. Will ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Vielen Dank. Yay. Und kann ich hier noch irgendwas wegbomben? Das sieht alles so brüchig aus hier. Aber... Ne, offenbar nicht. Ich will noch ganz, ganz kurz mal auch ganz weit nach oben auf die linke Seite. Ob ich da auch noch irgendwie wo hoch kann. Ich glaube es zwar nicht, aber ich will es mal kurz testen. Ja, ne, auf der rechten Seite ist sogar eine Wand, wo ich wieder nach unten gedrückt werde. Ne. Ne, ich glaube da ist nichts mehr. Ja, okay. Dann lassen wir es. Zurück, zurück, zurück. Aber wir haben ja einen Missile-Container gefunden. Deswegen passt es schon. Ich bin jetzt echt froh, dass ich jetzt hier offenbar wirklich den auch richtigen Weg erstmal wieder gefunden habe. Weil, also es tut mir wirklich so leid, dass die letzten Parts... Also ich meine, der vorletzte Part war ja auch schon nicht der allerbeste, weil ich da die Hälfte des Parts an den Boss da gehangen bin, weil ich den nicht hinbekommen habe. Also irgendwie... Ach nein, was wollen denn die Idioten jetzt schon wieder hier? Mann, warum sind hier... Oder, warte mal, sind es jetzt eigentlich die Dunkelviecher? Ne, es sind die Normalen, oder? Ah, ne, es ist auch ein Dunkelkommando-Pirat. Wie auf dem Hellen-Ether, selbstverständlich. Du verdammter... Gott, ey. Also sie hat mir geschrieben, dass ich, glaube ich, schon auch theoretisch twitteln kann irgendwie mit... Also wenn ich einen aufgeladenen Lightbeam mache oder so. Ich glaube mit dem Darkbeam aufgeladen sogar auch, wenn ich nämlich danach eine Missile draufschieße. Das habt ihr mir nämlich auch geschrieben. Wenn ich sowas mache und dann eine Missile draufschieße und wenn ich den jetzt getroffen hätte noch, also wenn ich gelungen ist, dann kann ich damit sogar Gegner auch instant killen, wenn ich die mit dem Lightbeam... Also mit dem aufgeladenen Darkbeam zuerst treffe und dann eine Missile hinterher schieße. Dann kann ich die damit instant killen. So ähnlich wie halt auch schon mit dem Icebeam zum Beispiel in Metroid Prime 1. Da konnte ich die Gegner ja auch einfrieren. Und wenn ich eine Missile hinterher geschossen habe... Darf ich eigentlich fliehen? Ne. Wenn ich eine Missile hinterher geschossen habe, dann kann ich die damit sofort killen. Und dasselbe gilt offenbar auch für den Darkbeam. Also wenn ich einen Darkbeam Charge Shot mache auf einen Gegner... Was zum Teufel? Und den dann mit einer Missile abballere, dann kann ich den auch sofort killen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall in Zukunft öfter mal machen. Aber ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, euch zu besiegen. Ich will einfach nur warten, bis sie wieder weg sind. Jetzt hört doch mal auf zu... Haut doch mal ab! Okay, jetzt sind sie weg. Gut. Eieiei, das sind die nervig. So. Wo kann ich jetzt noch hier überall hin, ist die Frage. Also, ich meine, dieser Raum hier ist nicht umsonst... Achso, okay. Ich sehe schon. Äh... Da komme ich dann hier nach oben. Ach du Kacke. Und komme dann da noch nach oben. Äh... Und dann hier... Oh Gott. Das ist ja mega kompliziert. Also wenn ich hier mal den Spiderball habe, muss ich hier auf jeden Fall wieder zurück. Und dann komme ich da nach oben irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, wo mich das hinführt. Am Ende. Auf jeden Fall... Also ich glaube, ich muss hier oben anfangen oder sowas. Und dann kann ich hier entlangfahren. Und komme dann an irgendeinen ganz, ganz tollen Ort hin. Und kriege da dann nochmal einen Missile-Container oder einen Energy-Tank. Oder irgendwas anderes, was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist das noch nicht für jetzt gedacht. Deswegen hauen wir wieder ab. Und werden dann gleich beim dunklen Äther vorbeischauen. Und jetzt dann endlich mal in diesen einen gottverdammten Raum auf dem dunklen Äther vorbeischauen. Wo wir dann ja auch gleich einige Möglichkeiten haben, wo wir glaube ich entlang gehen können. Weil da gibt es ja glaube ich einige Türen, die wir öffnen können. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Wir haben da eine... Ja, ne, wir haben doch nur eine. Okay. Wir haben eine grüne und eine gelbe. Aber gelbe können wir noch nicht öffnen. Deswegen, da geht nur die grüne. Aber wir haben zumindest da einen weiteren Weg. Und ich glaube schon, dass das dann wirklich richtig sein müsste. Also wenn es wieder falsch ist, wie gesagt, dann habe ich keine Lust mehr. Und dann werde ich wirklich endgültig schneiden. Und dann noch ein bisschen suchen. Und wenn ich dann wieder nichts finde, dann vielleicht echt im Internet nachschauen. Aber ich will eigentlich nicht im Internet jetzt erstmal noch nachgucken. Weil ich habe ja noch einen Weg. Aber wenn der jetzt wie gesagt auch falsch ist, dann... Ne. Dann reicht es mir. Irgendwie. Okay. Dann schauen wir mal. Endlich wieder zurück in diesem Raum. Ich meine, wir waren ja hier sogar auch schon mal. Aber als wir dann halt die Brücke verstellt haben, dann halt... Äh, ging es hier nicht mehr wirklich weiter. Leider. Äh, ich könnte ja jetzt sogar... Also wenn ich will, könnte ich ja jetzt sogar die Brücke nochmals verstellen. Das macht aber eigentlich keinen Sinn. Weil ich jetzt mit dieser Position nämlich auch überall hinkomme. Ich komme sowohl zu dieser Tür hier hin, als auch komme ich zu diesem Portal. Da, weil ich ja jetzt diese Plattform hier im Hellen Ether nach unten gefahren habe. Deswegen macht das eigentlich wenig Sinn. Wenn ich jetzt die Brückenanordnung nochmal verändere. Also ich sollte das jetzt, glaube ich, erstmal so lassen. Da unten war ich ja eigentlich auch schon überall. Glaube ich. Deswegen müsste das eigentlich auch so passen. Genau, übrigens, was ihr mir auch in die Kommentare geschrieben habt. Wenn ich diese Dinger hier abfeuere mit dem Lightbeam, das weiß ich ja schon. Dann werden sie heller und stärker. Und wenn jetzt ein Gegner hier irgendwie reinläuft, dann stirbt er ungefähr sofort. Vor allem bei den Kristallen. Und ich glaube sogar, dass ich die Dinger jetzt nochmal neu scannen kann sogar. Und sogar nochmal einen neuen Eintrag bekommen. Genau. Vielen Dank für den Tipp. Und zwar... Fremdtechnologie angeregtes Leuchtfeuer generiert ein erweitertes Feld mit Lichtenergie. Angeregte Leuchtfeuer bieten einen verbesserten Schutz vor den Bewohnern des dunklen Ethers. Wesen der Finsternis erleiden Verletzungen im angeregten Energiefeld. Angeregte Leuchtfeuer bieten einen verbesserten Schutz vor den Bewohnern des dunklen Ethers. Wesen der Finsternis erleiden Verletzungen im angeregten Energiefeld. Für manche Kreaturen ist bereits der Kontakt mit dem Energiefeld tödlich. Dieser zusätzliche Schutzeffekt hält nur bedingte Zeit vor und muss daher mit Hilfe des Lightbeams aufgeladen werden. Und auch wenn ich das Ding mit dem Darkbeam abschieße und ich es dann unnütz mache, kann ich das glaube ich auch nochmal neu scannen. Und das kriegt auch nochmal einen Eintrag. Genau. Und dasselbe muss ich dann auch nochmal bei den Kristallen glaube ich machen. Entladendes Leuchtfeuer. Schützendes Lichtenergiefeld deaktiviert. Wenn Leuchtfeuer von dunkler Energie umschlossen werden, sind sie für einen begrenzten Zeitraum funktionsuntüchtig. Mit Hilfe von heller Energie lässt sich das Feuer von der dunklen Energie befreien. Wenn Leuchtfeuer von dunkler Energie umschlossen werden, sind sie für einen begrenzten Zeitraum funktionsuntüchtig. Mit Hilfe von heller Energie lässt sich das Feuer von der dunklen Energie befreien. Manche Wesen der Finsternis sind imstande, Leuchtfeuer mit dunkler Energie zu beschießen, um ihre Feinde zu behindern oder zu verletzen. Ja zum Beispiel Amorbis, hieß der glaube ich unser erster Boss, der konnte das auch schon. Aber ich gehe jetzt einfach weiter und gehe durch die grüne Tür und wir werden jetzt hoffentlich dann, wie gesagt, nicht mehr in einer Sackgasse jetzt endlich mal stecken. Sondern dann vielleicht auch sofort den dritten Schlüssel sogar irgendwo hier finden. Das wäre natürlich optimal. So, äh, dich muss ich abballern. Moment. Und zack. Okay, eine Plattform erhebt sich da nach oben. Und ich kann ja gleich ein Energiefeld, dankeschön. Kann ich dich jetzt auch nochmal irgendwie scannen? Denn die Plattform kann ich scannen. Ah, die kriegt sogar auch einen Eintrag. Was man nicht alles scannen kann hier. Und zwar, Finsterling-Hubranke. Mit Waffen aufzuladen, die auf heller Energie basieren. Eine Pflanzenart der Finsterlinge. Sie schießt in die Höhe, wenn sie mit Waffentechnologie aufgeladen wird, die auf heller Energie basiert. Eine Pflanzenart aus der Finsternis. Sie schießt in die Höhe, wenn sie mit Hilfe von der Waffentechnologie aufgeladen wird, die auf heller Energie basiert. Die Luminoth nutzten diese Art während ihrer Kampagnen auf dem dunklen Äther. Die Inge hingegen schenken dieser Pflanze keine Beachtung, dass sie weder als Nahrungsquelle noch militärisch zu gebrauchen ist. Okay. Hätten wir das auch. Also ist die jetzt wieder nach unten gefahren? Ja, ist die offenbar. Das ist ja doof. Kann ich die jetzt nochmal neu scannen, weil sie jetzt wieder unten ist? Oder so? Ne, das geht nicht mehr. Okay. So, zack. Wieder nach oben bitte. Dankeschön. Und hier rüber. Okay. Das war schon alles hier in dem Raum, offenbar. Was ist da hinten noch? Aber in welchem Raum bin ich eigentlich gerade? Ah, ich bin in diesem Zwischenraum da. Okay. Übrigens, genau hier auf der anderen Seite war ja noch ein Missile-Container, den ich auch im letzten oder vorletzten Part vergessen habe, mir zu holen. Und das habe ich dann auch nochmal bemerkt, wo ich mir die Videos nochmal angesehen habe. Da hätte ich einfach hier mit dem Grapple-Beam da rüberfliegen können und da drauf wäre dann irgendwo ein Missile-Container gewesen. Und den hätte ich mir holen können, habe ich aber leider vergessen. Aber ist nicht so schlimm, werde ich dann später nochmal nachholen. Es gibt ja, glaube ich, auch auf dem Hellen-Ather in irgendeinem anderen Raum am Anfang des Hellen-Athers hier in Thor, was ich glaube irgendwie in diesem Raum oder in diesem Raum oder irgendwo gab es auch noch einen Missile-Container, wo ich nur mit dem Grapple-Beam hingekommen bin. Die werde ich dann später noch nachholen. Habe ich jetzt leider dann vergessen, aber kommt schon noch. Ah, ich habe ihn schon gefunden. Hallo, Schlüssel. Wunderbar. Ich bin schon in dem Raum. Perfekt. So, jetzt will ich noch kurz den Kristall auch mal aufladen. Zack. Kann ich den jetzt auch nochmal neu scannen? Ja, und auch nochmal ein neuer Eintrag. Okay, sehr schön. Und zwar angeregter Kristall. Generiert ein erweitertes Feld mit Lichtenergie. Angeregte Kristalle bieten einen verbesserten Schutz von den Bewohnern des Dunklen Ethers. Wesen der Finsternis erleiden Verletzungen im angeregten Energiefeld. Das ist, glaube ich, genau dasselbe, oder? Angeregte Kristalle bieten einen verbesserten Schutz von den Bewohnern des Dunklen Ethers. Wesen blablabla. Äh, blablabla. Tödlich, blablabla. Ja, das ist, glaube ich, genau dasselbe, was da steht. Deswegen habe ich das mal übersprungen. Und dann nochmal kurz mit dem Dark Beam. So, aber schnell scannen, bevor ich zu viel Schaden nehme. Ach, das geht nicht mehr. Habe ich das schon? Achso, ach, das habe ich sogar schon mal gescannt. Ah, okay. Wunderbar. Aber ich will dich mal wieder hell machen. So. Dankeschön. So. Und da ist der Schlüssel. Sehr schön. Den will ich unbedingt haben. Auf jeden Fall. Äh, die Frage ist, komme ich da schon so einfach hin? Scheint so, ja. Ich muss einfach nur Gürbel Beam Action machen. Und dann bin ich da schon da. Okay. Aber das eigentliche Problem wird halt dann auch irgendwie zum Tempel zu kommen, denke ich. Ich meine, ich hole mir den jetzt erstmal einfach so. Kann ja eigentlich nicht schaden, wenn ich das erstmal tue. So, und rüber da. Hui. Yay. Schlüssel zu einem dunklen Tempel erhalten. Yay. Dies ist einer der von drei Schlüsseln, die benötigt werden, um einen dunklen Tempel zu öffnen. Leute, könntest du denn glauben? Fortschritt in diesem Part. Unfassbar. Alle Schlüssel zum Tempel von dunklen Torvors gefunden. Sie dienen zum Öffnen des Tempeleingangs. Wunderbar. So, dann, ach, so ein Typ wieder. Ach Gott, auf die habe ich gar keinen Bock. Ganz ehrlich. So, ach Gott, der kommt ja sogar hier. Ach, du heilige Scheiße. Der kommt sogar hier hoch. Oh mein Gott, da wird es gerade richtig Panik bekommen. So, komm, er ja. Und wer jetzt sichtbar. Los, wer jetzt sichtbar. Und, ja, warte kurz. Wenn er geschossen hat, dann. Oder wenn er aufhört zu rot zu blinken. Ich glaube, dann kann ich ihn nicht wirklich treffen, wenn er rot blinkt. Zack. Ja, jetzt wäre er aber wieder nicht. Mann, wie ich die Typen hasse. Ich weiß mal nicht, weil ich die an kann. Kann ich die jetzt doch treffen? Ach, kann ich doch. Oder war es jetzt nur, weil ich das Ding aufgeladen habe, in der er dann reingelaufen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier geht es weiter. Bei der weißen Tür. Und da kann ich dann halt hier oben weitermachen. Aber dasselbe gilt auch für die rote Tür. Und für die schwarze. Ah, okay, okay. Jetzt bin ich gerade in dem Raum. Ich glaube, die schwarze Tür war ein Einzelraum auf dem hellen Äther. Deswegen will ich mal kurz jetzt testen, ob das hier auch der Fall ist. Müsste das ja eigentlich. Und vor allem, was da dahinter ist. Oder war das ein Einzelraum? Ähm. Ah, nee, doch nicht. Ah, es ist der Raum. Aha, ich glaube, dass ich gleich einen Missile-Container bekommen werde. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich will mal jetzt kurz hier entlang gehen. Ist jetzt gleich da ein Durchgang zu dem Portal? Komme ich da irgendwie rein? Nee, da komme ich auch nicht rein. Da ist aber ein Aufzug. Der Aufzug war beim hellen Äther nicht da. Äh. Wie komme ich jetzt hier nach oben? Ich würde jetzt liebend gerne in dieses Portal da reingehen. Komme ich da irgendwie anders rein? Ja, aber... Ah, es gibt da nochmal so einen... Es gibt da nochmal so einen anderen Eingang tatsächlich. Auf der anderen Seite. Aha, okay. Und den gab es beim hellen Äther nicht. Nee, genau. Da gab es einen Eingang. Okay. Dann will ich den jetzt mal kurz finden. Damit ich mir gleich einen Missile-Container holen kann. Ich will dann in die andere Richtung gehen. So, ich hoffe, da komme ich jetzt gleich schon hin. So, hier in dem... Ist es in dem Raum? Ja, hier ist jetzt noch ein anderer Durchgang. Und da komme ich hoch. Äh, wo ist denn der jetzt? Da oben? Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, ich habe es gefunden. Yay, wir kriegen gleich einen Missile-Container, Leute. Yay, ich freue mich. Und ich will auf jeden Fall wieder ein bisschen was haben. Gib mir erstmal Lightbeam-Munit. So, danke schön. Geh mal her damit. Und nochmal würde ich sagen, warum denn nicht? Ja, ich kriege aber jetzt aber nichts mehr. Ja, dann hole ich mir noch ein bisschen Darkbeam-Munition. Kann ja auch nicht schaden. So, zack. Und zack. Her damit. Okay, wunderbar. Jetzt habe ich... Ja, 28, 27 ist jetzt nicht so mega viel, aber besser als nichts. Ich will kein Ding mehr zu verschwenden. Ich will nur einschießen. So, zack. Okay. Yay, wir kriegen einen Missile-Container, Leute. Yippie, Freude. Und so. Das müsste jetzt auch auf dem hellen Äther wirklich ein kompletter Einzelraum sein, wo es keinen anderen Weg da wieder rausgibt. Aus dem Raum, das ist halt wirklich nur für den Missile-Container da. Das haben wir auch schon gesehen. Genau. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Yay. Wie flammen wir jetzt eigentlich schon? 95. Noch einen weiteren, dann haben wir schon 100. Cool. So. Dann wieder zurück. Und dann jetzt gleich hier auf dem dunklen Äther wieder weitermachen. Ich freue mich ja jetzt wirklich, dass wir jetzt auch wirklich verdammt viele Wege haben, weil das kenne ich gar nicht mehr aus den letzten Parts, dass wir mal drei, vier Wege gleichzeitig oder so haben, die wir gehen können, weil ansonsten hatte ich halt immer null Wege, die ich gehen konnte, weil ich den nie gefunden habe. Aber ich kann mich ja jetzt wieder schnell auffüllen. Das mache ich mal kurz. Ich will ein bisschen mehr Lightbeam haben, weil vor allem Lightbeam ist halt wichtig. Guck mal her. Komm. 27. Das sind noch mehr Kisten. Nee, keine weiteren mehr. Aber es sollte jetzt erstmal wieder passen. Na halt. So, hier komme ich wieder zurück. Genau. Da bin ich auch sicher, das ist sogar eine Schutzzone hier. Der Aufzug da. So. Und rein da. Okay. Jetzt ist halt die Frage, wo will ich jetzt eigentlich zuerst hin? Will ich jetzt gleich durch die blaue Tür, wo ich jetzt gerade bin, oder will ich erst einen anderen Weg gehen? Ich will jetzt mal kurz die Karte angucken. Wenn ich hier den blauen Weg gehe, dann komme ich wieder zurück zum Anfassungsgericht. Anfang von Torvus. Ja. Dann komme ich jetzt in diesen größeren Raum. Da. Okay. Und wenn ich eine der anderen Türen nehme, wenn ich die weiße Tür... Ah, okay. Wenn ich die weiße Tür nehme, komme ich zum Tempel. Aber zum Tempel will ich eigentlich, ehrlich gesagt, noch gar nicht. Also ich glaube, dass ich da eh noch gar nicht hinkommen könnte, oder? Komme ich da jetzt schon hin? Ich meine, ich habe alle drei Schlüssel. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich zum Tempel anders hin muss, weil das irgendwie zu einfach wäre. Fast schon, wenn ich jetzt schon einfach so zum Tempel kommen könnte, obwohl da noch tausende andere Räume sind. Bei der roten Tür... Ach, die rote Tür ist ein Einzelraum. Ich hätte vielleicht zuerst die rote Tür überprüfen sollen hier, weil da ist dann bestimmt ein Speicher oder sowas. Aber ich würde... Ich bin eigentlich neugierig und würde eigentlich gerne zuerst zurück hier zum Anfang gehen und gucken, was da noch mich so erwartet, dann erst im nächsten oder vielleicht auch erst im übernächsten Part, je nachdem, wie lange wir noch brauchen, da dann den Tempel machen. Ich glaube, ich will jetzt erst noch ein bisschen mehr hier neue Räume erkunden. Ja, deswegen gehe ich erst mal durch die blaue Tür. So, jetzt müsst ihr gleich... Halt, ich will Powerbeam. Jetzt müsste gleich dieser auch etwas größere Raum kommen. Ja, genau. Und... Oh Gott, ey. Ich hasse euch so sehr. Mann, die sind so nervig. Ganz ehrlich. So, kann ich den jetzt so treffen? Ja, nee, kann ich nicht, seht ihr? Wenn der rot blinkt, kann ich ihn nicht treffen. Jetzt kann ich ihn treffen. Also er muss... Also er darf nicht transparent sein und darf nicht rot blinken oder rot leuchten, halt, weil ich ansonsten ihn gar nicht treffen kann. Das ist ja echt fies. So, mit der lila Tür komme ich jetzt wieder... Ah, da ist ein Einzelraum. Okay, Einzelraum ist immer gut. Deswegen mal kurz hier Chargebeam quasi mit den Missiles. Zack. Wunderbar. Und durch da. Und hier finden wir eine neue Fähigkeit. Okay, was bist du jetzt? Bist du in der Munition? Beammunitionerweiterung. Ah, cool. Ich habe eine gefunden. Ja, ich habe eine gefunden, Leute. Freut ihr euch? Das sieht wie da, oder? Das sieht, ich weiß nicht, das sieht wie beides aus. Also es hat sowohl Darkbeam als auch Lightbeam. Ist es jetzt eine für den Dark- oder für den Lightbeam? Keine Ahnung. Container für Beammunition erhalten. Maximale Kapazität für Darkbeam und Lightbeam-Munition. Ah, für beide. What? Für beide? Echt? Oh, wie cool. Okay, einfach mal 50 mehr für beide. Nice. Das freut mich jetzt. Sehr schön. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, eigentlich hätte ich mir schon denken können, weil es sah so aus. Also wie gesagt, ich konnte es nicht wirklich festmachen, weil es hatte sowohl lila Stellen an sich als auch weiße Stellen. Deswegen habe ich ja auch nicht wirklich gewusst, hä, ist das für Light- oder für Darkbeam? Aber es ist für beides. Das ist ja cool. Okay, ich habe jetzt zumindest maximal von beiden 100 und kann schon viel mehr Light- und Darkbeams verballern, wenn ich will. Das freut mich jetzt echt riesig. Super. So, aber zurück komme ich hier gar nicht mehr. Das ist jetzt auch quasi ein Einzelraum, wo ich hier bin, weil ich hier nicht wirklich weiterkomme. Weil eine gelbe Tür, das geht schlecht und da rechts ist nichts mehr. Ja, ich will aber trotzdem mich natürlich kurz hier umgucken und schauen, ob da nicht vielleicht doch irgendwie ein geheimer Weg ist oder so. Aber näher sind wieder mal diese ekligen Ranken da im Weg, die wir schon häufiger gesehen haben. Ich werde noch ein bisschen mehr Ammonie haben. Ich war noch ein bisschen mehr her. Lightbeam, ja, jetzt habe ich glaube ich 100 gleich, oder? Ja, fast 94. Aber ist ja auch nicht schlecht, wenn ich mich jetzt richtig schön auflade. Vor allem bevor wir jetzt dann gleich, ja, gleich ist übertrieben, aber dann vielleicht im nächsten Part oder so, dann eben den Tempelboss hier machen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, natürlich wieder, weil die Tempelbosse ja immer ziemlich, ziemlich cool sind. So, gelbe Tür bringt nichts, deswegen, ja, den Sprung schaffe ich nicht, ne, natürlich. Ich muss wieder zurückgehen. Wie komme ich eigentlich wieder zurück? Äh, bei den Sprung, das war ja der Raum mit der Muni, ne, genau. Weil den Sprung schafft Samus ja gar nicht. Oder schafft sie den doch? Ich glaube doch, die müsste ich schon schaffen eigentlich. Ja doch, schafft sie es schon, okay. Gut. So, wieder zurück und dann jetzt gleich einen anderen Raum noch erkunden. Und jetzt will ich dann gleich noch genau die rote Tür aufmachen, weil das ist ja auch ein Einzelraum. Ich glaube eher, dass da jetzt dann ein Speicher ist. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt nochmal irgendwas geschenkt bekommen, also einen Missile-Container oder Munitions-Erweiterungs-Ding oder so. Ich glaube, das wird dann wirklich ein Einzelraum werden. Und natürlich lebt der Gegner wieder. Wie sollte es auch anders sein? Komme ich da einfach so hin zur roten Tür? Ja, komme ich. Dann lasse ich den jetzt erstmal in Ruhe, den Typen. Und schaue erstmal nach, was sich hier hinter der Tür befindet. Und zwar ist es ein Speicher. So ist es. Den ich aber mal nicht benutze. Da habe ich gerade keine Lust. Das mache ich dann später noch. Also auf jeden Fall noch vor dem Tempel dann. Ist klar. Aber jetzt erstmal nicht. Ich will den Typen wieder töten. Wenn er kommt. Das ist auch schon. Ich hätte ihn von Anfang an eigentlich schon treffen, während er gerade auftaucht. Das wäre ganz cool. Keine Ahnung. Jetzt muss ich wieder warten. Und jetzt hätte ich ihn vielleicht... Ja, jetzt hätte ich ihn treffen können. Was war denn das für eine Attacke? Ich habe ihn noch nie gesehen von dem Typen. Was? Teufel. Jetzt ist er wieder rot. Mann, es ist doof, dass ich den da währenddessen nicht treffen kann. Hör mal auf jetzt, du Arsch. Und. Zack. Was zum... Warum kann... Warum? Der kann... Der macht... Der kann sich genau im richtigen Moment transparent machen. Was bist du eigentlich für ein mieser, dreckiger... Ich hasse diesen Gegner. Ich habe den immer noch nicht ganz verstanden. Können wir mal bitte schreiben, wann ich jetzt sehen kann, wie ich den treffen kann und wann nicht? Weil der macht sich immer dann transparent, wenn ich ihn gerade angreifen will. Oder kann man da einfach nichts dagegen machen? Man muss sich von dem verarschen lassen. Kann ich... Seht ihr das? Ich will den immer treffen und dann macht er sich transparent. Du blöder... Das... Ich kann den... Ich kann den nicht treffen. What the fuck? Ich kann ihn jetzt gar nicht mehr treffen. Überhaupt nicht. Bringt sowas vielleicht mehr? Ne. Dann macht er sich auch transparent. Dann will der mich eigentlich komplett verarschen. Ich glaube, der muss gerade mitten in einer Attacke stecken und erst dann kann ich ihn treffen. Wenn ich ihn dauerhaft abschieße... Ich habe da irgendwie nur so ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, wo ich den treffen kann. Wie doof ist das? Boah, ich hasse diesen Gegner. Das kann ja nicht wahr sein, hey. Ganz ehrlich. Soll er auf? Und... Ne. Macht sich wieder unsichtbar. Ja, ne. Da habe ich jetzt keinen Bock. Dann lasse ich ihn jetzt einfach am Leben. Das ist mir jetzt viel zu doof. Ganz ehrlich. Da habe ich jetzt echt keinen Bock. Ähm... Ja, mir fällt gerade auf. Ich kann ja eigentlich schon gar nicht mehr arg viel mehr machen. Merke ich gerade. Ich wollte jetzt eigentlich hier noch ein paar mehr Räume erkunden. Aber kann ich ja irgendwie gar nicht. Weil irgendwie... Ich ja überall nicht durchkomme. Hier wäre auch noch eigentlich ein... Gang komme ich... Gibt es den überhaupt im... Ah, ne. Okay. Dieser Gang, der fehlt komplett sogar. Auf dem dunklen Äther. Das ist ja auch interessant. Der da. Der Wurzelpfad. Dann können wir eigentlich sogar nur noch zum... Zum Tempel gehen. Kommen wir da schon so einfach hin? Ha. Bin mir nicht ganz sicher. Ich will mal noch kurz in die Nähe gehen. Ich werde auf jeden Fall... Also auf gar keinen Fall den mehr betreten in diesem Part. Definitiv nicht. Aber ich will noch kurz gucken, ob wir da jetzt schon hinkommen können. Theoretisch. Erstmal ist hier noch ein kleines Rätselchen vielleicht. Kann ich hier noch irgendwas abgreifen? Irgendein... Item oder so? Eine Upgrade? Ne. Scheint nicht so zu sein. So zu sein. Und... Ich komme da schon rein, ja. Und da ist dann nämlich schon der Tempel. Ich habe ja auch alle drei Schlüssel. Ja gut. Dann heißt das quasi... Beim nächsten Mal gibt es dann hier den mega fetten Boss von Torvus. Okay, cool. Freue ich mich. Und endlich Fortschritt in diesem Part. Heftig, oder? Und beim nächsten Mal gibt es dann den epischen Bosskampf. Also der Part war ganz cool, behaupte ich mal. Und der nächste wurde auch cool. Dafür als Ausgleich, dass vielleicht die letzten beiden dafür jetzt nicht ganz so die allerbombigsten waren. Naja. Okay, Leute. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Metroid Prime Trilogy hier bei Metroid Prime 2 Echoes. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir dann Torvus abschließen werden und den Boss kalt machen werden. Ich werde dann auch noch speichern und dann werden wir das hoffentlich hinkriegen. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.